Lass es hier meinen Zugwürze seht. Ja. Wie ihr seht, war ich. Wow. Oh cool. Wie ihr seht, bin ich in Saarbrücken. Ja. Man sieht das hier schon irgendwie deutlich. Ja. Und wie ihr seht, ich lauf hier auch noch. Ja. Hier und das ist hier der Aufbau. Ja. Voll cool. Hier mit den ganzen Leuten. Ja. Hier in Saarbrücken. Wie ihr seht in Saarbrücken. Danke. Es kommt sowas von Saarbrücken. Wie ihr seht. Wie ihr seht hier, wo es bin ich. Wo ist vorne? Ja. Wie ihr seht. Ja. Ja. Wie ihr seht. Ja. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Wie ihr seht. Ja. Wie ihr seht. Ja. 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 Wie ihr seht. Ja. 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 Wie ihr seht. Ja. 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 Sieht so jetzt rot aus. Einmal hier. Nie was los ist. Bei solcher sind richtig geil. Wie ich ihnen gesagt. Solche Häuser sind richtig geil. Solche Einzelhäuser nenne ich sowas. Sei es bei mir nur. Aber wie ich ihnen gesagt. Ich bin immer noch in Frankreich. Steherin, Wendel oder wie es auch heißt. So wie letztes Jahr. So ist in der Art. Aber vorletztes Jahr definitiv auch hier. Unser Brücken aus. Okay. Und wie ihr seht. Spiele ich hier Fußball. Auf diesem Fußballfeld. Ja. Perfekter. Ja. Okay. Nochmal. Nochmal. Wenn man das nicht richtig sieht. Ja. Jetzt aber. Wie ihr seht. Habe ich ein Fahrrad. Boah. Richtig geil. Ich fahre mit anderen Helden. Boah. Voll cool. Wie ihr seht. Bin ich hier. Immer noch. Da ist die Sonne. Und ja so weiter. Hier. Kennzeichen eines Autos. Weiß einfach dass ich in Frankreich bin. Warte. Sieht man auch deutlich. Ja. Von unserer Brücken aus Frankreich. Ja. Hier der Kreisverkehr wie ihr seht. Ja. Hier seht ihr diesen Zaun. Ja. Da wo man Frankreich im Gang gezeigt hat. Das ist die Grenze. Das heißt man sieht die Grenze nicht immer wieder. Aber das ist definitiv die Grenze. Guckt bei GPS selbst nach. Und den Beweis dass ich in Frankreich bin. Ja. Und das ist die Grenze Frankreichs. Ist doch voll cool oder? Ja. Zu Deutschland. Ja. Hier seht euch mal diese Berge Bäume an. Mitten hier in der Stadt. Geil. Norden Frankreich. Auf der Seite. Auf der anderen Seite ist Deutschland. Das heißt hier ist Frankreich. Und dieser Zaun ist die Grenze. Zwischen Deutschland und Frankreich. Und hier bin ich in Deutschland. Ja. Also hier. Ja bereits genug.